Musik 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 Matze, Matze hinter uns Ja ähm ich hätte gerne eine, also wenn du Ich hab einen, ich hab einen. Torsten, 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 ich hab einen Samen. Da unten. Samen, das ist, das ist sehr geil. Wir haben einen Grace Period, ne? Ich hab vier Samen. Ja, den, den hab ich auch gerade gehört, wo... Alter, Creeper! Alter! Jetzt kommt das Skelett auf uns zu. Fuck! Die steht direkt hinter dir. Ja, alter, irgendwer hat mich zu einem Creeper hingeschlagen. Das ist der Edu Fettsack. Hahaha Warte, ich seh's ja, der lässt du mich ja verzögert. Ja, ich hab da gesehen, der schlägt mich knallhart zu dem Creeper hin. Haha, sorry. Ich glaub, es geht los. Oh mein Geil, ey. So viel, so viel zum Thema Team, wa? Geh du vor, geh du vor. Ich mach mal, ich mach mal ne, ne Hole, damit wir mal hier und so, ne? Auf ne Hole, aber mit ne Hole hätt ich auch kein Problem. Äh, 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 äh. Vorsichtig das Skelett, ne? So, Dingens und so. Äh, ja, ja, ja. So, ich mach jetzt mal ne Hole. Ich hab schon wieder kein Holz. Ich hab kein Holz, Mama. Äh, Rank, mach mal bitte ne Hole. Sind wir jetzt unten wieder drin, oder was? Ich hab kein Holz. Nol. 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 Boah. Okay, ich mach, ich mach... So, Alter, ich brauch unbedingt was zu essen. Ja, ich mach jetzt ne Hole erstmal. Ja, super, mach das. Und ich hab vier Samen. Okay, dann schmeißen wir mal hin. Und mit den Kakao. Alter, ich hab nur noch dreieinhalb Herzen. Ja, okay, okay, okay. Mit den Kakao. Ja, du hast mich ja zu... Also, ich mach jetzt mal ein bisschen zu. Ja, ihr dürft. Lenny, wie viel hast du? Ähm, ich hab noch fünf Herzen. Warte mal, ich tu dir mal Holz rein. Okay, Samen hab ich soweit. Hammer geil. Alter. Wir haben jetzt noch vier Eisen. Octavian MP. Lol. Das ist... Dieses Fack-Skelett. Scheiße, 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 scheiße. Hau ab, hau. Hau einfach ab. Ja, ich komm grad in den Spawn rein. Ich wollte eigentlich grad mal ein bisschen Essen machen. Aber ich hab bloß noch dreieinhalb Herzen. Dann machen wir's halt hier drin. Ganz einfach. Hast du Wasser? Nee, aber können wir doch hier rein lassen. Leiten. Ja, dann viel Spaß. Leite mal hier rein. Ja, mach ich. Cool. Wir sind dabei. Warte da hinten, wo jetzt Rains ist, da müssen wir irgendwo Wasser rein. Ja. Warte mal. Von Borda? Von Borda? Ja, Lenny. Ja, Lenny. Sorry. Genau, grabbar noch ein bisschen nach oben und dann dürfte es uns überfluten. Ein bisschen tiefer muss da. Ja. Okay, einer wurde vom Skelett gekillt. Gale. Ja. Gale. Schon, äh, schon, zwei Leute. Zwei Leute sind schon tot, Alter. Hammer krass. Okay, hier ist das Wasser. Nee, drei Leute sind tot. Drei Leute sind tot. So, und Lenny, dann wenn du, wenn du hier das Wasser reinleitest, dann mach mal bitte da noch Erde hin, damit wir dann gleich die Setzlinge setzen können. Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, dass mich das tolle Skelett hier nicht abspannert. Ja, ist ja richtig, ist ja richtig. Also, ich brauche hier, ich brauche Essen. Naja, ich brauche auch was zu essen hier. Ja, brauchen wir alle, brauchen wir alle. Jetzt müsst ihr extrem auf eure fucking Herzen aufpassen. Ich habe, ich habe dreieinhalb Herzen und es leckt ein bisschen. Den ist weg. Dennis Spange. Dennis Spange? Was ist, was ist mit ihm? Tod? Ja. Okay. Den hat weggerafft eine Lava. Läuft. Pass auf, was du da machst. Ja, 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 ich bin... Äh, Lenny. Achso, Lenny. Ja, Tonsen, ich passt hier auf, das kommt gleich das tolle... Oh, der nächste ab. Nee, warte. Pro-Gamer Dani. Nein, das hat er, das hat er, das hat er, das war schlecht Miene. Genau. Das hat er, das hat er einfach so gemacht. Gut. Lass, äh, lass mal dann da, wo du jetzt bist, erde, genau. Genau, genau. Das habe ich vorher. Tony, behou... Äh, Tony sag ich schon, Tosny mein ich. Jo. Behou du das mal bitte hier. Pass auf, dass das Skelette nicht reinschießt. Nee, nee, kannst nicht. Ich mach das hier auch gleich... Nein, die, die brauche trotzdem Tageslicht, soweit ich weiß. Nee, Fackeln gehen auch. Fackeln gehen auch? Okay, dann mach ich hier wieder zu. So, und dann hohe ich das jetzt hier alles. Ich hohe das mal. Oh, ho, ho. Okay, ich hole noch ein paar Kakaobohnen, dann können wir uns nämlich Kekse machen. Okay, haben wir geil. Ich hab auch noch zwei Kakaobohnen. Markus, ähm... Ja? Ja, ich wollte hier, ich wollte hier ein bisschen honen, deswegen. So, ja, ich mach hier grad noch Feld. Ja, ja, ist okay, aber ich hohe hier schon mal. Nein! Was, nein? Ich kann hier keine Seed setzen. Was? User join your channel. Äh, da war doch grad einer. Ja, einen, einen kann ich setzen. Junge, das ist ein Command. Gut. Okay, hier kann ich noch einen hinsetzen. Und hier wieder nicht. Du kannst keine zwei Setzlinge nebeneinander setzen. Wie behindert ist das denn? So, neu, oder? Warte, ich lass das mal schnell wachsen, ne? Geht das jetzt? Ja, mit Knochenmehl. Ja, mach mal, mach mal Knochenmehl. Ja, Torsten, da müssen schon... Können hin, du Nugatschnüffi, jetzt müsste es auch gehen. Oh Gott, wir sind, wir sind ja in der 1.5. Oh Gott, das ist ja das hässliche Knochenmehl. Oh Gott. Lenny, lebst du jetzt noch? Ich lebe noch, das war nur ein Joke. Ich habe auf jeden Fall jetzt wieder einen Sahen. Lass dich mal bitte, weil ich komme voll durcheinander. Okay, ja, ja, okay, jetzt lassen wir. Ich hab doch schon geschrieben, dass jetzt aufhören soll. Das ist schon fiatisch, ich sehe das nicht. Hab ich doch schon geschrieben, du Lapp. Ja, ich hab's halt nochmal geschrieben. Oh lol, das, das war noch nicht fertig. Das war noch nicht fertig, nein. Das ist hier aber fertig. Gut. Gut, äh, ich hab vier Kakaobo und alle Kakaobo mal in die Küste. So ist es, äh, ja, ich hab, warte hier. Ähm, Flash vanish, warte, ich schreib dem MTS. Ich weiß schon, aber ich will jemand anders unsichter machen, mach ich das? Ja, gar nicht. Doch, nein, 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 die Spektäter müssen nicht unsichtbar sein. Okay, ich hab jetzt kein Bomi mehr, wir müssen jetzt hier warten. Aber es bei Täter kann... Kein Ding, dann lass uns jetzt wachsen. Ganz klar. Ja, ja, mach das. User left your channel. Äh, Leute, übrigens komme ich hier gar nicht mehr raus, ihr gehen... Ach, nee, da vorne, ups. Lol. Hier hinten doch, oder? Du kannst über das Teil... Aktiver Fail. Aktiver Fail. Aktiver Fail, Mama. So. Okay, ich hab jetzt zwei Weizen, das heißt für kein Brot. Okay, Livestream läuft noch. Alles klar. Okay, also... Also ich hab bis jetzt... Ich hab bis jetzt, ähm, hier 23 Gigabyte. Wie viel Hunger habt ihr jetzt? Äh, ich hab... Wir sind... Wir sind alle komplett leer, soweit ich weiß. Ich bin alles komplett leer und hab nur noch dreieinhalb Herzen. Ich hab nur noch dreieinhalb Herzen. Also dreieinhalb Herzen hab ich auch. Und auf drei Hunger leisten. Dinger. Nee, ich hab auf keine Hunger leisten. Ich hab gar nichts mehr. Oh, Oli, 1003 died, aha. Ey, 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 ey. Markus, guck mal bitte weg, okay? Das Kumpel von mir. Markus, guck mal bitte weg. Guck mal bitte weg. Okay, bitte weggucken. Du. Du hast nie ruhig. Man sieht das im Chat, du. Nichts passiert, gar nichts passiert. Ja, gar nichts passiert. Ich hatte... Ich hab nur gedacht, ich hätte gelackt und deshalb sollen sie immer wegkucken. Hat jemand, äh, was zu essen für mich? Ähm, ja, das hab ich... Die waren auf einmal hier im Spawn, glaub ich. Ja, das ist unglaublich. Und ich hab... Ich hab volles Lehm. Habt ihr noch? Ich hab... Ich hab gleich wieder volles Lehm. Also alles, alles gut. Bei mir regeneriert sich grad. Ja, bei mir auch. Ne, ich regeneriere auch noch nicht. Ach so, er hat noch nicht. Reigns hat noch nichts. Ach, Reigns hat noch nichts? Sag mal, Lenny, hast du... Hast du... Hast du noch mal ne Kuh oder so? Ne, ich hab keine Kuh im Winter. Scheiße. Dann bekommt Reigns halt gleich das Brot. Ja, ich... Ich... Ich warte derweil hier. Loll, jetzt weg nach draußen. 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 Ja, den hab ich gebuddelt. War ich nach... So ein Weg nach draußen. Ist auch ein Weg nach drinnen. Ich hab übrigens auch noch... Wie viel... äh, Kakaobohnen braucht man denn für... für einen Keks? Ähm, ich weiß es nicht, aber... Eine, oder? Drei... Drei Weizen und eine Kakaobohne. Drei Weizen und eine Kakaobohne? Ich guck... Ne, warte, ich guck mal eben. Minecraft-Dicky ist ja allwissend. Ja, guck mal. Das... Unde... Suche, ähm... Kekse. Ähm... Außen Weizen... Ja. Kakaobohne außen Weizen geben acht Kekse. Ja, hammergeil, wir haben noch nicht schlecht genug Weizen. Na, acht K... Acht Weizen, das... Also acht Kekse, das macht... Wo waren... Wo... Wo waren hier der... Der Weg in die Höhle? Ach, hier war... Doch, wir haben genug Weizen. Oh, hier noch Keks. Es gibt eine Keule. Genau. Ja, und ich hab... noch drei... Hier, ich hab acht Kekse. Und deshalb... Das hat meine Damen und Herren... Ich hab acht Kekse, Leute. Ich bin mal eben weg, mir meine Cola holen. Ich hab Durst. Ja, dann mach mal. Äh, Leute, das war mal Eisenswert zurück. Bis gleich schon. Bis gleich schon. Du hast... Du hast genug Essen. Ja, genau, bis gleich Lenny. Ja, jetzt hat der mein Eisenswert eigentlich. Oh, Leute. Oh, Leute. Warte hier, ich werf's dir gleich wieder hin. Da nimmst dir. Leute, hast du das schon wieder? Ja. Ja, hier, bitteschön. Jetzt nimmst dir. Haben wir geil. Ja. So, ich würd sagen, wir gehen mal wieder mein... Willst du Cookie? Ne, wir brauchen... Achso, ja, ja. Wieso hab ich 14 Kilo im Inventar? Oh, Tosti! Ich guck mal. Ich hab's gar nicht aufgesammelt. Achso. Das sah ganz so aus. Nee. So, hammergeil. Äh, noch ein Keks, ja schön. Achso. So, ich geh jetzt mal wieder runter in die Mine wendet, genehmens. Bitte. So, jetzt müsstest du doch den... Ja. Okay, wolltest du irgendwas Neues? Äh, nö. Gut. Eigentlich nicht. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Lenny, kommst du noch mal runter in die Mine noch und noch ein bisschen Eisen sammeln oder so oder irgendwas? Ja, ähm, klar. Also, ich bin... Ich bin hier unten. Also, ich bin hinter dir, du, ne? Achso, du bist hinter mir? Achso, geil. Leute, zubi, 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 zubi. Ey, es ist netter erlaubt. Ja, oh, sorry. Jetzt hab ich nicht geschlagen. Sorry, sorry, sorry. Es war bloß einmal. Nessa... Nessa ist erlaubt. Ja, klar. Verband, gleich du. Ne, Nessa ist nicht erlaubt, ne? Denny ist im End. Ha, 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 ha. Nessa nicht? Ne. Ich würd schon sagen, weil wegen Tränken... Nein, guck mal, dann muss man zwei Welten suchen. Nachher. Ist doch egal. Ne. Also, das dauert Stunden. Nach... 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 Um... Um 22 Uhr werden doch eh alle in die... In die Mitte geholt. Dann ist doch eh abschlachten. Alter, Denny bekommt gleich Minusrechte. Wieso? Ja. Ja, weil der hier... Bei Ender Dragon... Naja... Boah, ich mach jetzt DOP, Denny. User, join your channel. Ja? Ähm... Das mit Denny, ne? Ist das jetzt richtig, oder war das auch wieder fake? Das ist fake. Na, das ist fake. Wie soll der so schnell ins End kommen? Warte, ich sag dir mal, wie du das bemerkst. Wenn da vorne ein Stern steht... Ich hab den DOP. Das bringt nichts. Das kannst du auch als DOP. Oder glaubst du, die hier haben alle OP? Oh Gott, ich hör'n Zombie. Oh Gott, dein... Eisen! Hammergeil! Ich verste grad nicht, was... Wo ist denn jetzt? Wo waren wir denn vor uns? Gold! Gold! Wir haben Gold. Wo braucht man das auch immer braucht. Keine Ahnung, dafür... Für... Für Power Schienen. Für Power Schienen, genau. Ach so, das ist Gold. Oh, ich dachte, das ist Eisen. Eingeal. Ja, ich kann auch hier nicht irgendwie... Da ist wo? Das ist gelettet. Wow! Ach nee, die schießen jetzt schnell auf Scheiße. Oh lol, ich hab' voll einen in den Kopf bekommen. Weg da, warte! Ryan, bleib stehen, warte bis die kommen und dann nicht. Im Bein? Und bei mir flog der genau in den Bildschirm. Gut. Ah, die Kämpfe da unten schon, dann machen die Funde. Okay, mach mal gleich. Da hinten ist ein Endermann, da hinten ist ein Endermann. Da hinten ist ein Endermann. Ja, nicht in die Augen gucken, du. Nicht in die Augen gucken, du. Nicht in die Augen gucken, du. Ja, du guckst, da kommen noch mehr Mops. Na dann, dann lass' mal hier weg und in die andere Richtung. Ach so, man kann ja gar nicht mal... Wir brauchen einen Eisenspezial, um Gold abzubauen. Ach, Hammerscheiße. Okay, ich trink mal eben... Ich schluck mal eben einen Trink-Cola. Das Vieh kommt durch. Loll, Loll, Loll! Rain hat einen Pfeil im Kopf. Rain, nicht, pass auf! Ja, deswegen bin ich abgehauen! Okay, ist tot soweit. Okay, Hammergeil. Endermann, nicht in die Augen gucken. Ja, Lenny, was machst du da? Geh bitte weg! Genau, einfach... Einfach einfach zubauen, Hammergeil. Normalerweise... Nee. Normalerweise trink ich ja nicht in der Aufnahme, aber weißt du was? Ich hab ein Eisen dabei, aber keine Eisen-Spitzhocke. Boah, ich... Ich geh schon kurz. Loll, Loll, ich hab noch vier Eisenärzte dabei. Lass mal brennen gehen. Ich hab auch noch... Ja, nein, los. Äh, wo ging's eigentlich zurück? Ja, wo geht's hoch? Wart mal hier, 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 oder? Nee, hier, 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 oder? Nee, hier, ja, genau, 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 hier. Ach, hier, wirklich runter, wo das alles war, kommt mal kurz. Ja, Skype zu sehen, komm mal her. Ja, ja, warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Kann's mich auch nur... Nur tosten inländert reicht. Ja, tosten... Nee, das ist falsch. Loll, ich bin falsch, Mama. Hier, komm mal her. Hier, komm mal her. Hier, hinter dir. Oh, warte mal. Ah, ja, okay, seh dich. Guck mal da oben, hier ist ne fette Hölle. Äh, wir haben fast keine Kohle mehr, ne? Ja, äh, ich hab' ich hab' ich hab' 14 Kohle reingelegt. Und ich hab' noch 43 Kohle, das dürfte noch reichen. Okay. Und ich bin auch grad' wieder mies am Sammeln. Was macht's denn, was macht's denn, wenn man ihm in die Augen geht? Äh, der greift dich an. Dann greift dich an, ja. Der wird also so wie... Der wird Kollege Agro so. Oh nein, Creeper. Der kann mich ja gar nicht sehen. Ich spurt. Also, ich versuch' dich zu beschützen, so gut wie's geht, okay? Naja, na wohl, ne, der ist, ist ja noch weit weg. Mal gucken. Wenn er näher kommt, schrei einfach, okay? Hier ist auch noch ein Eisen in der Truhe. Na, hammergeil. Ähm, ja, was machst du mal mit dem Zombie? Äh, totmachen. Okay. Wär cool. Was wird passiert? Sehr geil. Hammergeil, ich hab Zombiefleisch gegessen und hab' mich nicht vergiftet. Ich bin jetzt voll mit Essen. Hammergeil. Ich bin auch voll mit Essen. Wir, wir brauchen eigentlich Eisen. Gold? Also, da ist Gold, Eisen. Da hinten ist Eisen, wie ich sehe. Ja, warte. Willst du... Warte mal, ich guck mal kurz. Ich... Ah, der Creeper ist, ist da hinten im Gang drinnen. Ja, und ihr seid voll in meiner Outer City Aufnahme. Ey, das ist die Tastatur hier, die hört man die. Ich weiß nicht, wessen das ist, aber ich schätz' mal, das ist die von Mr. A. Nein. Ich mach grad gar nichts. Das ist deine, Torsten. Das ist... Das ist von Matze, bist du noch da? Ja. Okay, das ist Matzes. Das ist Matzes. Ja, warte, ich stelle mir noch nicht drüber. Also, hier ist der Reisen. Hier ist noch Eisen. Wo seid ihr denn, Leute? Wir sind, äh, keine Ahnung wo. Ah, ich sehe euren Namen. Da ist es... Dann komm mal her. Zombie?